Mein Name ist Jan Zese, ich bin Kommunikationsleiter in der Rheinland-Raffinerie hier in Schell-Wesseling. Und in dieser Raffinerie hat es, viele von Ihnen wissen das, am vergangenen Sonntag, den 10. Mai, ein Brandereignis gegeben. Eine weithin sichtbare Rußwolke hat viele Nachbarn in Besorgnisse versetzt und vielleicht dem einen oder anderen auch den Sonntag etwas verdorben. Das tut uns leid, das bedauern wir. Und wir können den Sonntag nicht wieder gut machen, aber wir wollen zumindest ein Zeichen setzen. Und deswegen möchten wir Sie am kommenden Sonntag zu einer Tasse Kaffee mit dem Raffinerie-Direktor einladen, vielleicht auch ein Stück Kuchen, dass Sie persönlich mit dem Leitungsteam der Raffinerie darüber sprechen können, was Sie vielleicht erlebt haben, welche Fragen Sie haben. Und wir freuen uns über Ihren Besuch am Sonntag, 15 Uhr, in Wesseling, Rheinland-Raffinerie, Ludwigshafener Straße. Wir freuen uns, möglichst viele von Ihnen begrüßen zu können. Vielen Dank.